DINSTAG, STREAMSTAG Hallo zusammen. Hallöchen. Es ist wieder Dienstag. Dienstag ist Streamstag. Dienstag 19 Uhr ist Streamstag. Ähm... Und das kann ich jetzt, glaube ich, sagen. Das kann ich jetzt, glaube ich, sagen, ohne Rundfunk befürchten zu müssen. Oder so. Ich glaube, dass der Gesetzesentwurf technisch gesehen noch nicht in Kraft ist. Ich glaube, das kommt erst Ende des Jahres. Aber da gab's ja... Da gab's... Da gibt's ja... Da gibt's ja quasi einen neuen Entwurf, der sehr viel vernünftiger ist. Der wirklich angepasst ist an das neue Medium Internet. Und womit quasi Streams eigentlich nicht mehr unter Rundfunk fallen. Was ziemlich cool ist. Hi, der Cluedo! Wie geht's? Der Cluedo, spielst du eigentlich auch... Oder hast du eigentlich auch Hyrule Warriors für die Switch? Oder hast du das gespielt irgendwo mal? Weil... Das wär technisch gesehen auch ein Zelda-Lizenzspiel irgendwie. Müde bist du? Ich... auch ein bisschen. Dabei hab ich heute lang geschlafen. Eigentlich. Tja. Ich find's ein bisschen schade, dass Hyrule Warriors keinen Online-Modus hat. Das wär cool. Das eine Spiel, wo ich mir einen Online-Modus münschen würde... Münschen würde, weil ich jemanden kennen würde, mit dem ich das Koop spielen könnte. In der Familie. Und das hat kein... Auf Wii U und 3DS durchgesuchtet. Ah! Ja, alles klar. Ich hab das auch auf der Wii U gespielt. Dann kam die DS-Version. Und dann hatte ich gar nicht mehr so viel Bock auf die Wii U-Version. Weil ich mir die ganze Zeit gedacht hab, oh, die DS-Version hat viel mehr Content. Voll blöd. Aber ich wollte mir die DS-Version nicht nochmal kaufen. Und hab mir jetzt die... Switch-Version auch von meiner Schwester geliehen. Ich hab's mir nicht selber gekauft. Ähm, aber die seit über 400 Stunden mit... Oder ich glaube mittlerweile 400 Stunden mit Fire Emblem beschäftigt, das ich ihr geliehen hab. Gleich mir für 400 Stunden Hyrule Warriors. In der Definitive Edition. So! Starten wir mal. Ich hab für heute ganz spezielle Pläne. Ähm, und zwar... Starten wir den Abenteuer-Modus. Und machen die erste Abenteuer-Karte. Die noch relativ einfach ist, was gut ist. Weil ich hab den Story-Modus noch nicht mal halb fertig oder so. Ich hab nicht viel gespielt. Nur ein bisschen rum, äh, getestet. Deswegen sind meine Charaktere noch ziemlich niedrig levelig. Und hier gibt es noch sehr viel zu tun. Ich hab hier im Grunde, wie ihr sehen könnt, nix gemacht. Nicht wirklich. Ich hab hier 5, 6, 7, 8 Missionen bis jetzt gemacht. Von... Ähm... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Von... Von... 128, glaub ich, oder so. 128 Missionen hier auf dieser Karte. Da haben wir noch viel zu tun. Und ich möchte mich heute drauf beschränken, so viel... Charaktere. Charaktere sind diese Symbole hier. Also diese Bronzenen mit dem Fragezeichen. Waffen, das sind die Goldenen mit den Schwertsymbolen. Kostüme, das sind diese Bronzenen Schilder mit den T-Shirts drauf. Und... Ne, das war's. Auf das will ich mich eigentlich konzentrieren heute. Charaktere, Waffen und Kostüme freizuschalten auf dieser Karte, so viel wie möglich. Ähm... So Geschenke, Kleidungsstücke beziehungsweise und Nahrungsmittel für die Feen wären auch nicht uninteressant. Das ist ein ganz neues Feature, das ich noch gar nicht kenne. Und was wir sonst noch so mitnehmen können, würde ich sagen. Bis dahin. Arista, Deathbird, hallo. Ja, natürlich, die Öhrchenmütze ist jetzt fester Bestandteil der Streams. Ohne die gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Ne, das stimmt nicht. Aber nicht mehr vor die Kamera oder so, glaube ich. Das ist jetzt mein Ding. Ich owne das jetzt. So. Äh, wo fangen wir denn an? Das Kostüm hier wäre schon freigelegt. Genau. Ich muss das vielleicht jetzt mal ein bisschen erklären. Ich fange nochmal im Hauptmenü an und erkläre kurz, worum es sich eigentlich bei Hyrule Warriors handelt. Weil ich glaube, ganz viele kennen das überhaupt nicht. Also. Auch für alle zuhause auf YouTube... Äh, zuhause? Auch für alle, die... Ihr seid wahrscheinlich jetzt auch zuhause, die live zu gucken. Aber für alle, die nicht live auf YouTube zu gucken, auch nochmal die Erklärung. Hyrule Warriors ist ein... Ein... Ein Spiel... So ein... Ein... Ihr kennt vielleicht die Warrior-Reihe. Äh, das ist eine... Gerade in Japan, aber auch international sehr bekannte und sehr beliebte Reihe. In der es eigentlich darum geht, als sehr übermächtiger Held, Massen von Gegnern zu besiegen. Und sich über relativ simpel designte Schlachtfelder so zu toben und Hauptquartiere zu erobern. Meistens mit sehr wenigen Anspruch. Äh, mit sehr... Mit sehr wenig taktischen Anspruch. Wobei das durchaus vorhanden ist. Und das ist eher so ein Brawler. Die Dynasty-Warrior-Reihe schreibt der Cluedo gerade. Genau. Die... Die kennt man vielleicht. Aber es gibt eben sehr viele Spin-Offs und... Äh... Wie heißt denn die andere, die in der chinesischen Mythologie spielt? Die heißt... Die ist auch quasi so ein Spin-Off direkt von der Dynasty-Warrior-Reihe. Ist ja egal. Aber ich glaube, jeder hatte schon mal in der ein oder anderen Form Kontakt mit so einem Spiel. Vielleicht ohne es zu wissen. Denn diese Art von Spielen gibt es mittlerweile mit... Mit sämtlichen Anime-Lizenzen. One Piece und... Und Naruto und allem möglichen. Und... Äh... Mit Gundam. Und 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 und. Und jetzt eben auch seit einigen Jahren mit Zelda. Ein... Massen... Brawl-Simulator. So. Und... Dieser... Dieser Warrior-Ableger hat nun quasi unglaublich viel Content. Wie sehr oft ist. Bei solchen Spielen. Unter anderem gibt es einen Story-Modus, der eine ganz nette Geschichte erzählt. Von den verschiedenen Zelda-Spielen. Zeitlinien, Universen, Welten, die miteinander verschmolzen sind und so weiter. Es gibt aber auch den Abenteuer-Modus. Und der ist quasi ein Content-Monster. Deathbird schreibt auch gerade... Er hat nicht alles komplett freigespielt. Äh... Meistens spielt er hauptsächlich zu zweit. Zu zweit macht es auch viel mehr Spaß. Das stimmt. Aber vor allem ist auch einfach unglaublich viel. Wenn man das wirklich zu 100% kompleten will. Ist man da garantiert hundertisch von Stunden beschäftigt. Mehrere hundert. Garantiert. Na gut. Und es gibt sehr viele Karten, die einzelne Zelda-Spiele repräsentieren. Und diese Karten haben meistens so um die hundert, über hundert verschiedene Felder. Die alle einzelnen Missionen, einzelne Kämpfe sind. Und in all diesen Feldern gibt es verschiedene Sachen freizuschalten. Teilweise muss man auch erstmal optionale Missionsziele erfüllen. Oder herausfinden, wie man gewisse Sachen freischaltet. Was das alles nochmal viel, viel aufwendiger und schwerer und auch irgendwie interessanter macht. Und die erste Karte ist eben die Karte, die das Original Zelda vom NES repräsentiert. Und ich glaube sogar ziemlich originalgetreu. Ich würde sogar sagen auf den Busch genau. Ähm. Und teilweise muss man eben Rätsel auf diesen Feldern erst lösen. Die auch die echten Rätsel im ersten NES Zelda repräsentieren. Damit man überhaupt weiterkommt oder gewisse Belohnungen freischaltet. Alles ja eigentlich verhältnismäßig komplex und cool diese Karte hier. Eine echt nette Idee, die auch wirklich Spaß macht. Und ja, mit der beschäftigen wir uns eben heute, wie schon gesagt. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein neues Outfit für einen Charakter, den ich noch nicht kenne. Oder ich weiß noch nicht für wen dieses neue Outfit ist, freischalten will. Ähm. Daran, dass das Fragezeichen oben im bronzenen Bereich ausgegraut ist, weiß ich, dass ich das jetzt noch nicht erhalte. Also selbst wenn wir hier gewinnen, kriege ich dieses Outfit nicht. Hier auf diesem Bildschirm ist nämlich irgendwas versteckt. Und ich glaube, dass es dieser große grüne schildkrötenförmige Stein ist, der in der rechten Hälfte des Bildschirms ist. Den müssen wir wahrscheinlich verschieben. Und dafür brauchen wir ein Kraftarmband. Vielleicht müssen wir auch irgendeinen Busch anzünden. Dafür bräuchten wir eine Kerze. Ich weiß es nicht. Äh. Ein Kraftarmband würden wir zum Beispiel hier auf diesem Feld kriegen. Als Belohnung, wenn wir siegen. Da müssen wir uns erstmal hinvorkämpfen. Vor, hin, drauf, hin, zukämpfen. Und deswegen machen wir jetzt erstmal diese Mission hier. Auch auf diesem Feld wäre irgendetwas versteckt für einen, für einen Charakter, den wir noch gar nicht kennen. Ein Herzteil wahrscheinlich für einen Charakter, den wir noch gar nicht besitzen. Insofern ist es aber hinfällig. Eher die linke Hälfte. Genau die linke Hälfte meine ich. Verzeihung. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. So. Deswegen machen wir jetzt einfach mal die Mission. Den A-Rang können wir uns für die Mission erstmal sparen. Den brauchen wir gar nicht. Wir müssen deswegen nicht darauf achten, dass wir genug Gegner besiegen oder wenig Schaden nehmen. Oder die Kriterien, die halt da immer so notwendig sind. Sondern können einfach reinhauen und versuchen einfach irgendwie durchzukommen. Und möglicherweise vielleicht sogar noch einen Schatz zu finden für unsere Fee. Ein Kleidungsstück für unsere Fee ist hier irgendwo versteckt. Wahrscheinlich in einem Krug. Also Krüge kaputt hauen. So. Und das sind die Start-Charaktere, die es in der Switch-Version gibt. Das sind im Grunde, glaube ich, alle Charaktere, die in der Wii U-Version grundsätzlich enthalten waren. Ähm. Die musste man in der Wii U-Version erst freischalten. In der Switch-Version sind die alle die Start-Charaktere. Während es verdammt viel zusätzliche Charaktere gibt. Und wenn jetzt der ein oder andere die Warrior-Spiele kennt. Wird er vielleicht denken, oh, das sind aber gar nicht so viele Charaktere. Und das stimmt. Im Gegensatz zu Dynasty Warriors. Bei welcher Zahl sind wir da jetzt? Irgendwas über 10, glaube ich, auf jeden Fall. Gibt's ungelogen 100 Charaktere oder sowas. Da kann Hyrule Warriors nicht ganz mithalten. Deswegen hoffe ich auch, dass es bald mal vielleicht eine Nachfolger gibt mit noch viel mehr Charakteren. Das fände ich ganz cool. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass jeder Charakter über sehr viele verschiedene Waffen verfügt. Die seine Spielweise und seine Moves komplett verändern. Also der... Ähm... Im Grunde ist jeder Charakter sehr viel verschiedene Charaktere, wenn man es mit anderen Warriors-Spielen vergleicht. Weil die Waffe wirklich den Charakter sehr stark verändert. Nur eben der Skin bleibt gleich. Aber wo wir gerade bei Skins sind, es gibt auch für jeden Charakter sehr viel Kostüme freizuschalten. Oft einfach nur langweilige Colorswaps. Manchmal aber eben auch wie zum Beispiel das Breath of the Wild Gewand. Was sehr aufwändig ist. Und somit habe ich glaube ich alles erklärt, was wichtig ist. Und wir können anfangen. Ich habe gerade nur eine Erkältung, hat der Cluedo. Ich... Hey, sag mir mal bitte, ob im Stream so kleine Bildfehler ab und zu auftreten. Ob es da manchmal zu Glitches kommt im Bild. Weil ich sehe die bei meinem Aufnahmeprogramm ab und zu. Aber nur im Augenwinkel. Vielleicht werde ich auch nur wahnsinnig oder es spukt. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwas... Irgendwas stimmt nicht. Jetzt war es wieder kurz. Hm. Naja, würde mich interessieren, ob das im Video ankommt. Oder ob das nur mein Programm gerade ist, das spinnt. Jetzt mach es nochmal. Ah, da war es wieder, schreibt der Cluedo. Okay, aha. Da war es tatsächlich. Ich habe es gesehen. Ich sehe dich ganz genau. Ähm... Ich glaube, ich stecke die Switch kurz ab. Das HDMI-Kabelung wieder an. Dann schauen wir mal, ob es verschwindet. So, schauen wir mal, ob das schon geholfen hat. Ansonsten muss ich vielleicht den Stream, beziehungsweise hier Streamlabs einfach mal neu starten. Eventuell. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, übelste Vorfreude auf Animal Crossing New Horizon. Ich habe den 24-Stunden-Stream extra auf das Wochenende 20. Also 21. 22. Gelegt. 20. Geht dann der 24-Stunden-Stream los mittags, damit ich sehr viel Animal Crossing spielen kann. Im 24-Stunden-Stream. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade das Spiel, das man 20 Stunden am Stück spielt. Aber warum eigentlich nicht? Ein paar Amiibo-Karten hast du dir sogar geholt dafür. Ich habe ein paar Animal Crossing Amiibos dahinten stehen. Ich habe... Was habe ich denn? Wen habe ich denn? Ich habe Mr. Rizzati. Der beste Animal Crossing. Der beste Videospiel-Charakter, wenn wir ehrlich sind. Dann habe ich die... Wie heißt denn die... Die Enkelin, Nichte, Tochter vom Eulen-Museumsbesitzer mit der rosa Schleife. Die haben wir als Amiibo hier. Natürlich K.K. Slider. Den Villager natürlich aus der Smash Brothers Edition. Schlepp und Nepp. Aber Tom Nook haben wir leider nicht. Nur Schlepp und Nepp. Hm. Der war mal reduziert. Die... Die waren mal reduziert. Die sind aber ein Amiibo. Und... Äh... Wie heißen sie? Die beiden Schneider-Lamas. Die pinke und die... Die hellblaue Lama-Schneider-Schwestern. Egal. Die haben wir. Von Animal Crossing. Ich glaube sonst... Ne. Sonst keine. Na dann will ich aber mal deine Insel besuchen kommen dürfen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das wäre sogar voll cool. Äh... Wenn man dieses Besuchen-Feature schnell genug freischaltet, dass das dann am ersten Tag schon geht, können wir das auch während des 24 Stunden Streams machen. Ist immer ne gute Idee. Ah ja, stimmt. Bei Happy Home Designer war ne Karte dabei. Die hab ich dann quasi auch. Ja, ja. Okay. Aber jetzt fangen wir an. Also wir können uns jetzt hier... Wir haben jetzt hier vollkommen freie Charakterwahl. In vielen Missionen ist das beschränkt. Puh. Katzenhaar am Mikrofon. In vielen Missionen ist das beschränkt. Aber hier können wir nehmen, wen wir wollen. Und ich nehme jetzt für den Anfang einfach mal Link. Und ich nehme den für den Anfang mal in seinem... Original Design. Also das ist extra für das Spiel entworfen. Für Hyrule Warriors entworfen im Grunde. Und wir nehmen auch einfach mal den Einhänder. Wir machen heute auch so ein bisschen so ein Showcase, wo wir alle Charaktere mit allen Waffen, die ich schon freigeschaltet hab, zeigen. Ähm. Damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. So, wir haben schon ein 5 Sterne Ritterschwert. Das ist auch noch was. Denn neben den verschiedenen Waffenarten, die die Charaktere wirklich zu ganz neuen Kämpfern machen, gibt es auch verschiedene Stufen derselben Waffe. Also es gibt quasi das Ritterschwert von 1 bis 5 Sterne mit Spezialfähigkeiten. Aber dann schaltet man das... Ich weiß jetzt nicht, was es in dem Fall ist. Das Königsschwert frei oder sowas. Und das ist dann von Haus aus besser. Und das gibt's auch wieder in der Qualitätsstufe 1 bis 5 oder 0 bis 5 besser gesagt. Und dann kommt das Kaiserschwert und dann das Gottschwert. So ungefähr funktioniert das quasi. Das heißt, man sieht schon, man kann grinden ohne Ende. Grinden ohne Ende. Und das ist eigentlich auch das Schöne an diesen Warrior Spielen. Das ist durchaus was, das kann man gemütlich nebenbei spielen. Das kann man chillig spielen. Eben zu zweit im Multiplayer macht's besonders viel Spaß. Deswegen wirklich schade, dass die Switch-Version wenigstens nicht den Online-Modus spendiert bekommen hat. Aber auch alleine ist das schön zum vor sich hinspielen und chillen. Warriors Musu. Genau, Musu-Spiel ist der Begriff, der mir vorher nicht eingefallen ist. Das ist die offizielle Bezeichnung für diese Genre. Musu and Netflix. Äh, was? Musu and Chill. Hä? Ich hab mir jetzt gar nicht angeguckt, ob's hier spezielle Missionen gibt. Aber meistens funktioniert's, wenn man einfach alle verhaut. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass NPCs nicht sterben. Oder irgendwelche wichtigen strategischen Punkte nicht von den Gegnern übernommen werden. Wenn sonst ist so eine Mission schnell mal gescheitert, ohne dass man so richtig mitkriegt, was eigentlich los ist. Das passiert tatsächlich relativ oft mir zumindest, dass plötzlich wieder Mission gescheitert dasteht und ich hab keine Ahnung warum. Ich verklopfe hier gemütlich meine Skelette und plötzlich bin ich Game Over. Okay. Im Grunde besteht das der grundsätzliche Gameplay-Loop daraus, dass man so Festungen aufsucht wie diese hier. Das sind immer viereckige Räume einfach nur. Und dort so viele kleine Gegner verhaut, bis der Kommandant erscheint. Der Festungskommandant. Und dann verhaut man den. Und jetzt gehört die Festung mir. Und jetzt spawnen hier keine Skelette mehr, sondern in unserem Fall jetzt hier Goronen. Das sind meine Verbündeten. Und die vermehren sich in diesen Festungen und greifen auch unter Umständen mal andere Festungen an. Und so gibt's so ein bisschen das Gefühl von Strategie hier. Allerdings ist das in anderen Warrior-Spielen sehr viel stärker ausgeprägt als in Hyrule Warriors. In Hyrule Warriors ist ganz klar der Spieler der zentrale Held. Und alle anderen Figuren sind im Grunde nutzlos. Es gibt wirklich... Ich hab einige Spiele der Hauptreihe gespielt. Dynasty Warriors. Da war das ganz anders so. Da hat's tatsächlich Sinn gemacht, seine Truppen zu kommandieren. Und da sind auch mal selbstständig Hauptquartiere erobert worden. Aber das passiert hier eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Aber ich muss auch sagen, ich hab wirklich neben ein paar Teilen der Hauptreihe... Ich bin jetzt kein Experte, was Müsus-Spiele angeht. Aber ich hab neben der Hauptreihe einige Teile... Einige Spin-Offs gespielt. Zum Beispiel einen One Piece Spin-Off hab ich gespielt. Ähm... Gundam... Gundam Warriors 2 oder wie es hieß hab ich gespielt. Und ein paar einzelne Ableger. Ein paar einzelne Spin-Off Variationen. Und auch das Fire Emblem. Dynasty Warriors zum Beispiel. Und ich muss schon sagen, dass Hyrule Warriors definitiv zu den Besseren gehört. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Da muss man kein Zelda-Fan sein, glaub ich. Um das sagen zu können. Es gibt einfach sehr viel interessante Spielmechaniken, die die in dieses Spiel eingebaut haben. Abgesehen vom irrsinnigen Content. Ähm... Haben die eben versucht, so die Quintessenz... Ne, die Quintessenz stimmt nicht. Aber einige Zelda-Elemente auf das Hyrule Warriors Prinzip zu münzen. Und das sehr erfolgreich. Und gleichzeitig nicht nur so, dass Zelda-Fans sagen... Oh, das haben sie schön umgesetzt. Sondern sogar so, dass man auch als Hyrule... Äh... Als Dynasty Warriors Fan sagen würde... Das bereichert das Spiel. Irgendwie. Ja, aber es ist wirklich so. Verbündete... Äh... The Cluedo schreibt's auch grad. Die KI ist relativ dämlich. Verbündete sind in Hyrule Warriors eher... Optionale Missionsziele. Oder auch mal Haupt-Missionsziele. Dass man dafür sorgt, dass die überleben. Es ist nicht so, dass die nützlich sind. Die werden eigentlich nur als... Denzel in Distress oder als Geleit-Mission benutzt. Und eigentlich nie als echte Verbündete. Die sind... Gameplay-Elemente, die es zu beschützen gibt. Gilt. Sonst eigentlich nix. Okay, auf der Karte werden mir jetzt grade einige Ziele angezeigt. Und ich seh grad, dass unser Hauptquartier angegriffen wird von einem dieser Ziele. Das könnte sein, dass das ein besonders gefährlicher Gegner ist, den ich relativ schnell besiegen sollte. Das heißt, ich lass jetzt mal hier alle stehen. Ich mein, das sind eh meine Verbündeten. Aber auch die da. Und renn schnell zu unserem Hauptquartier. Weil wenn sowas ist, wie jetzt eben... Kann's ganz schnell mal passieren. Wie schon gesagt, dass mal Game Over ist. Und ich seh grad, dass überall ich nirgends hochkomme, oder? Kann ich da hoch? Ja, da geht's. Okay, passt schon. Schauen wir mal, wer hier unser Hauptquartier angreift. Ein Eroberer. Nein, stimmt gar nicht. Tja, was lese ich denn? Ein Exafloss oder so. Wie heißen die? Ich konnte mir den Namen noch nie merken. Schon auf dem N64. Aber so ähnlich wie Exafloss heißen die. Ich konnt's nicht lesen. Ist egal. Na, Eidechse halt. Das war jetzt quasi ein Held der gegnerischen Seite. Exalfos. Fast. Ich hab glaub ich schon immer wirklich Exafloss gesagt. Ich hab das schon immer gemacht. Ich mach das schon immer. Bei Namen, die mir eigentlich nix sagen. Also bei Begriffen, die keine echte Bedeutung haben. Dass ich die teilweise einfach irgendwie ein bisschen falsch lese. Und dann nenn ich das weiterhin so. So wird's dann gespeichert bei mir und fertig. Exalfos. Ja, das waren in Ocarina of Time schon Angst einflühende Gegner irgendwie. Als ich die da im. Tempel der Goronen. Als man da in diesem Raum eingesperrt wird. Und muss dann gegen zwei von denen kämpfen mit dem ganzen Lava. Da war mir schon ziemlich mulmig, muss ich sagen. Die Stelle ist mir interessanterweise mehr im Gedächtnis gewesen. Als die legendäre Kokiri Brunnen Szene. Die eigentlich für die meisten so das Trauma war. Okay, irgendwer rückt schon wieder zum Hauptquartier fort. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen und unser Hauptquartier verteidigen. Außerdem gibt's in diesem Spiel mehr Goronen als in allen Zelda-Teilen zusammen, glaube ich. Hier in der Basis stehen mehr Goronen als in allen Zelda-Teilen zusammen. Jemals existiert haben. Die normalen Gegner, die man hier zu Hunderten weghaut. Die droppen einfach nur Rubine. Das ist eine Währung, die man im Spiel für alles mögliche braucht. Denn natürlich kann man nicht nur die Charaktere, sondern auch die Waffen und auch die Vieh, die einen begleitet. Alles mögliche hochleveln, ausbauen, upgraden und so weiter. Rubine braucht man dafür für alles. Äh, Kakariko Brunnen meine ich natürlich. Ähm, nicht Kokiri Brunnen. Quatsch. Äh... Aber alle Gegner, die eine Energieleiste haben, sind im Grunde immer generelle oder haben zumindest irgendeine spezielle Funktion. Und von denen kriegt man immer besondere Rohstoffe. Und die braucht man wirklich ganz explizit, um zum Beispiel gewisse Charaktere hochzustufen. Unser Link hier zum Beispiel kann bei weitem noch nicht sein ganzes Repertoire an Moves, die er eigentlich mit dem Schwert könnte. Es gibt da sehr viele sehr effektive Kombos, die wir aktuell noch gar nicht beherrschen. Deswegen mache ich auch im Grunde immer die gleichen 3-4 Sachen. Weil mehr geht halt einfach noch nicht. Äh, je mehr man die Charaktere hochlevelt, desto irrer werden die Kombos. Und desto krasser wird der Schaden, den man auch da verursachen kann. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, jetzt könnte ich schon das feindliche Hauptquartier erobern. Die Wahrscheinlichkeit ist aber recht hoch... Ah ja, genau. Wartet mal. Es gibt hier nur Hosen. Nur Feenhosen. Das heißt, ich sollte feindliche Hauptquartiere erobern und die Krüge in diesen Hauptquartieren vor allem kaputt machen. Weil da haben wir dann die Möglichkeit, dass wir eben diese Feenhosen finden. Dieses Feen-Feature ist zwar wirklich nur so ein draufgesetztes Gimmick. Ich weiß gar nicht, ob es das schon in der DS-Version gab. Aber... Oder ob es jetzt ganz neu ist in der Switch-Version. Aber ich kenne es zumindest überhaupt nicht. Deswegen interessiert mich das gerade ein bisschen. Weil ich sehen will, was genau das bringt. Bis jetzt können die Fee irgendwie Moves, die ich nie benutze, weil sie nicht besonders nützlich sind. Aber wer weiß. Der nächste starke Gegner kriegt mal meine Magieleiste ab. Aber für so Wachposten hier lohnt sich das kaum. Die Fee gab es sogar schon auf der Wii U-Version. Nein! Gab es ziemlich sicher nicht. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass es die nicht gab. Außer die wurden mit nem DLC mal hinzugefügt. Aber im Hauptspiel gab es die ziemlich sicher nicht. Sagen, ich hätte die tatsächlich nie entdeckt. Aber das glaube ich nicht. Ich habe das doch recht lang gespielt. Doch gab es, schreibt The Cluedo. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das glaube ich wirklich nicht. Das muss ich mal recherchieren. Aber ich kann es dir gerade nicht glauben, The Cluedo. Es tut mir leid. Mein Hirn sagt ganz eindeutig nein. Also ich meine jetzt schon die Feen, die man anziehen kann und füttern kann und so weiter. Nicht die Feen, die man teilweise braucht, um gewisse Elemente in gewissen Basen zu neutralisieren. In einem von diesen Krügen ohne Henkel, diesen braunen Krügen, müsste wahrscheinlich diese Feenkleidung sein. Und ich würde jetzt fast ungern das Spiel verlassen, die Map verlassen, ohne dass wir das gefunden haben. Aber schon langsam habe ich ja alle Basen durch, wo so ein Krug stehen könnte. Schauen wir mal weiter. Der Bekanter von mir hat so genau diesen Feenen Guide rausgebracht. Ja, aber wirklich, ich bin mir ganz sicher, dass es die nicht gab in der Wii U-Version. Und wenn, dann definitiv nicht von Anfang an. Also da bin ich mir echt sicher. Aber andererseits ist es lange her, wer weiß. Aber das kommt mir so überhaupt nicht. Also als ich das im Remake, äh, ja gut, Remake kann man schon fast sagen, in der Switch-Version zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, what, was ist denn das? Habe ich noch nie gesehen. Das heißt, das müsste ich komplett ausgeblendet haben. Und ich habe auf der Wii U doch mit Sicherheit 100 Stunden in das Spiel gesteckt. Deswegen kann ich mir das einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ich werde das nach der Schlacht jetzt googeln, dass wir das noch im Stream lösen. Bling! Ja, das wird wieder schwierig mit googeln, dass man da eindeutig... Aber schauen wir mal. Ja gut, ich glaube, die kamen mit dem ersten DLC. Okay, ja, das weiß ich nicht. Das kann sein. Ich habe mir die DLCs dann nicht mehr angeguckt. Das war dann für mich wirklich so... Eben wegen dem... Wegen dem DS-Teil war das für mich dann plötzlich wirklich tot, das Spiel. Weil da hatte ich auch keinen Bock, mir die Wii U-Inhalte noch zu holen, weil ich wusste, auf der DS-Version gibt es noch mehr Inhalte, die ich nicht kriegen kann. Und das fand ich gemein. Aber ist eh ganz klar, die Wii U hat sich halt nicht verkauft. Dementsprechend war das Spiel auch ein Rohrkrepierer. Ähm... Und das... Ich weiß nicht, wie das am DS war. Da haben die ja, glaube ich, auch wieder auf einen anderen Grafikstil grundsätzlich gesetzt, oder? Weil das hatte schon auf der Wii U ganz schön mit der Technik zu kämpfen. Das hatte ja am Anfang noch einen Multiplayer und der wurde dann irgendwann mal rausgepatcht, weil er nicht mehr funktioniert hat, wenn ich mich da recht erinnere. Die Information kommt mir grad so absurd vor, dass ich selber mir fast gar nicht glauben kann. Aber so habe ich es in Erinnerung, dass der früher mal da war und dann war er plötzlich weg oder so. Ähm... Weil einfach nix mehr funktioniert hat. Oder zumindest auf den neueren Map-Strain. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war irre. So, wir haben tatsächlich irgendwas freigeschaltet, was mich wundert. Ich dachte, wir können gar nichts freischalten. Ah, die Feenhosen. Die sind diesmal nicht in einem Krug, die waren in einer Schatzkiste. Gut, dass wir das noch erobert haben. Dann können wir jetzt nämlich zum Hauptquartier zum Feindlichen und das erobern. Ich habe in einer anderen Festung eine Feuerfee gesammelt. Und diese Feuerfee sind ein Item. Die Items werden noch wichtig, die kriegen wir noch öfter zu Gesicht. Die werde ich dann, wenn es soweit ist, noch einzeln erwähnen und was dazu sagen. Mit der Feuerfee als Item können wir hier den Feuerschaden, die Feueraura in dieser Basis deaktivieren, die uns ansonsten permanent Schaden machen würde. Und das ist nicht gut. Hier haben wir einen Original-Charakter. Volga. Der extra für Hyrule Warriors erfunden wurde. Der allerdings so ein bisschen, kann man sagen, auf den, wenn man will, könnte man sagen, der basiert quasi auf dem Drachen-Endboss aus The Legend of Zelda. Name fällt mir gerade nicht ein. Ah, jetzt können wir endlich unsere Magieleiste mal aktivieren. Das ist nämlich quasi der Super-Ultra-Power-Modus in dem Spiel. Jetzt können wir die gegnerische Verteidigung durchbrechen und können den durch die Gegend hauen, wie wir wollen. Aber nur für eine relativ kurze Zeit. Außer wir, genau, holen uns noch ein bisschen Magie. Und am Ende können wir nochmal einen supermächtigen Superschlag aktivieren, der sehr schön den Finishing-Schlag von Link gegen Ganon in Ocarina of Time repräsentiert. Und jetzt ist seine Energieleiste gleich mal drei Viertel leer. Oh nein, jetzt flüchtet er vor dem... Vor dem X-Angriff der Arsch. Naja, gut. Gegen die starken Gegner, so wie den hier, die echten Charaktere, kämpfen wir am effektivsten eigentlich, indem man sie ihre Sachen machen lässt und wartet, bis diese graue Anzeige über den Kopf erscheint. Dann kann man sie nämlich kontern. Und das ist eigentlich so ziemlich das Mächtigste, abgesehen von irgendwelchen Special-Moves, die man hat. So stark ist der jetzt allerdings nicht. Deswegen haue ich den jetzt einfach, weil es funktioniert. In dem Fall, der ist nicht stark genug, um wirklich fordernd zu sein. Wenn man gegen solche Gegner auf höheren Schwierigkeitsgraden kämpft, dann sind die im Grunde relativ schwer zu besiegen, wenn man nicht mit dieser Schwäche-Anzeige, mit dieser Konter-Anzeige arbeitet. Schön ist auch, dass auch die richtigen Endbosse in das Spiel integriert wurden. Davon sehen wir bestimmt noch einige. Das ist wirklich cool. Vor allem kenne ich quasi diesen ganzen Windraker-Content und so eigentlich fast noch gar nicht. Finde ich auch cool. Wobei, von dem sehen wir heute relativ wenig, wenn wir die Karte hier nur machen. Aber gut, ist ja burscht. Wolvagia heißt der Drache. Wirklich? Heißt der nicht? Ja, kann schon sein. Ich habe gerade den anderen Namen irgendwie abgespeichert für den Twilight-Prinzess-Drachen. Kann ich mich einfach täuschen. So, da la. Ah ja, das müssen wir jetzt machen, damit wir zu den Kraft-Handschuhen kommen. Ich glaube, da wollten wir hin, zu dem Kraft-Armband besser gesagt. Hier müssen wir nur siegen. Dann kriegen wir einen Kompass. Das ist ein Item, das kann man hier auf dieser Karte benutzen, um Rätsel zu lösen. Wenn wir Arang schaffen, dann schalten wir allerdings den Weg nach oben frei, was für später ziemlich nützlich ist. Also, wenn wir Arang schaffen, gut. Wenn nicht, ist mir es auch wurscht.